Hey Leute und willkommen zurück zu meinem neuen Video auf dem Talentenwas Kanal. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Endergames mit dem OPsten Kit überhaupt. Und zwar dem Rucksack Kit. Kann ich nur empfehlen. Ist besser als Enterhaken. Denn man hat einfach 27 Slots und man kann somit jede Runde gewinnen, wenn man möchte. Das werdet ihr ja jetzt auch sehen im Video. Denn es ist einfach zu OP. Das hat ganze 27 Slots. Also echt, wenn man das mal nicht braucht in Endergames. Echt, ich bin so froh, dass ich mir das gekauft habe. War auch mein erstes Kit. Okay, was glaube ich hier. War nicht mein erstes Kit. Aber ist wirklich das beste Kit. Kackt auf Enterhaken. Warum Enterhaken, weil man einen Rucksack haben kann. Ist halt so. Da würden mir alle eigentlich recht geben. Oh nice. Okay, bevor die anderen haten. Ey Digga, du hättest dir eine Goldbrust machen sollen. Seht ihr? Mit dem Rucksack Kit hat man einfach so viel Kistenlack. Ich bin schon fast full equipped. Ähm, ich nehme die Werkbank zwar jetzt nicht mit. Wird wahrscheinlich auch ein Fehler sein. Aber ist mir egal. Brauch ich nicht. Hey! Ja, hi. Nein. Nein. Was macht der? Der irritiert mich. Alter, der hat mich voll irritiert. Der ist irgendwie über mich gesprungen. Und dann hat der. Alles klar. Seht ihr? Nein. Ihr Schwein. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nein. Easy überlebt. Nur durch im Rucksack Kit. Habt ihr gesehen? Ist zu ok. Wie ich schon sagte. Okay. Ähm. Jetzt muss ich mal etwas raggen. Ich spiele auch im Moment ein Mod Pack so. Deswegen bin ich auch übel kack im PvP. Äh. Und das ist auch meine zweite Runde oder so. Also ist auf jeden Fall nice. Ähm. Scheiße. Okay. Der ist nur ein paar Blöcke weit weg. Ihr seht wie effektiv wir das Rucksack Kit benutzen. Also. Echt. Wenn wir einen Feuerstein brauchen oder so. Einfach in den Rucksack greifen. Und dann hat man das Ding. Man hat das Ding in der Hand. Da unten steht er. Ja hey. Kommst du mal eben her? Ich petz das und komme. Da rennt einfach weg. Nein Mama. Mama bitte hilf mir. Hilf mir. Bitte. Ähm. Na hey. Da unten bist du ja. Ich hab ich vermisst. Wo warst du die ganzen Tage? Nein. Okay. Den haben wir auch. Wambaba. Ist nice. Oha. Oha. Nice. Jetzt erzähle ich das schon wieder. Ihr denkt bestimmt jetzt gerade so. Ich bin eigentlich voll spaß. Tut mir leid. Hm. Ähm. Jetzt essen wir mal eben was. Ey. Seht wie gut das Kit ist. Ne. Also ich rate es euch wirklich das Kit zu kaufen. Echt. Verschöndet euer Geld und kauft euch das. Also eure Coins. Alter. Ne. Das ist. Nein. Das ist nicht mehr feierlich. So scheiße wie ich gerade bin. Es darf eigentlich gar nicht hochgeladen werden. So jetzt können wir uns eben eine Brustplatte machen. Und einen Helm. Er kommt nur zu mir. Genius. Ich denke ich soll es euch besser equipped. Und der Kit mich trotzdem fast. Also wäre peinlich für mich gewesen. Ich bin jetzt so übel vorsichtig. Also wenn diese Runde wirklich was wird ne. Nur dank dem Rucksack Kit. Dann müsst ihr euch das kaufen. Das ist eine Pflicht. Ihr müsst euch das Rucksack Kit kaufen. Okay. Müsst ihr nicht. Okay. Ihr seht schon wie viel Lack man mit dem Rucksack Kit hat. Deswegen ich empfehle es euch. Hm. Ob du ein ein Mensch bist? Ein Spieler? Hm. Fragen für mich. Hm. Ja. Er war ein Spieler. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Ich packe da irgendwie voll rum. Okay. Ich packe mal hier eben ein paar Sachen ein. Okay. Die Pfeile überhalte ich. Dias. Ah ihr seht. Ich benutze es richtig effektiv. Ähm. Gold. Dann geben wir uns mal ein paar XP. Okay. Ein Holzschwert falls unser Diaschwert kaputt geht. Deswegen habe ich da auch noch eins. Das Essen. Ähm. Ja ihr seht schon das ist ziemlich OP oder? Was sagt ihr dazu? Findet ihr das Kit OP? Okay. Okay. Sag nichts falsches dazu. Echt. Ich feiere das Spielers auch nur. Bei Enterhaken ist eigentlich gar nicht so gut. Okay. Okay. Dann holen wir uns mal eben. Oh. Wir sind schon vorbei gelaufen. So. Dann haben wir noch zwei Leute leben. Dich und der andere. Ähm. Jetzt seht ihr das. Das ist OP man. Warum das die ganzen anderen Leute nicht spielen? Ich verstehe die nicht. Echt. Könnt ihr es vielleicht in die Kommentare schreiben warum ihr das nicht spielt? Ich finde es richtig OP. Ihr seht schon. Eine 6 Kill Runde. Wenn wir den jetzt noch bekommen dann ist es sogar eine 7 Kill Runde. Und wo ist der? Das ist die Stelle als der Holzfälle mich voll irritiert hat. Da habe ich Angst vor. So. Hoppla. Wie gut war der bitte equipped? Nice. Okay. Den sollten wir auch bekommen. Okay. GG. Wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst doch eine Bewertung da unten in den Kommentaren. Also das Kit ist OP. Kauft euch das. Ähm. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Folge. Video. Wieder. Ciao.